Mein Name ist Babsi, mein erster Barskurs war 2018 und seither verändere ich mich immer mehr von der Drama Queen zum Smiley mit Sternchen Augen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Seit ich die Exes Bars mache, habe ich viel mehr Bewusstsein, Gewahrsein, bin viel mehr mit mir verbunden und ich mag gezogen Katzen, gell, Nila? Hallo, hier ist Klaus Kutschengüt aus München und die Bars haben mit mir gemacht, dass ich ins Tun gekommen bin, dass ich meine Schritte gehe und dass ich jetzt Erfolg habe und in meiner ganzen Kraft bin und das tut unglaublich gut und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Dankeschön! Durch die Exes Bars habe ich mehr Leichtigkeit mit mir und meinem Körper bekommen und eine Möglichkeit, super leicht in die Entspannung zu gehen. Ich bin Melina und ich habe eine viel bessere Verbindung zu mir und meinem Körper. Alle Lieben, wir sind die Familie Gassi. Verrückte, das ist Verrückte. Verrückte, weil normal kann ja jeder sein. Und wir wollten euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was sich bei uns verändert hat, seitdem wir die Bars in unserem Leben haben, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her und was können wir da so berichten, Kinder, bitte auf, dass wir etwas verrückt sind. Also... Du hast Kinder gesagt. Entschuldigung. Also... Also... Hey, hier zu Hause darf niemand lachen. Was ist denn jetzt? Du hast doch gerade gesagt, ob wir verrückt sind. Achso, okay, entschuldigung. Jetzt mal ganz ernst hier, ja. Ne, also jetzt mal wirklich, ja. Was hat sich bei uns verändert? Ich glaube, das ist eine Sache. Wir haben viel mehr Freude. Viel mehr Freude und wir lachen ganz viel. Und eigentlich haben wir auch mit unseren Kindern auch zusammen als Paar viel mehr Leichtigkeit in unser Leben eingeladen, seitdem wir die Bars in unser Leben haben. Komm her. Komm her. Und... Du hast gesagt, wir laden Freude ein. Hallo. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, Mann. Genau. So schaut es aus, ihr Lieben. Also, probiert es einfach aus und schaut einfach... Mir hat es mehr Wurst ins Leben gebracht. Oh, Mann. Vielleicht reicht es ein bisschen ernster hier bitte. Es ist ein seriöser Beitrag. Genau. Ganz wichtig. Tschüss. 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 Hallo. Ich heiße Selinde und was Access bei mir bewirkt hat, ist, dass ich mich nicht mehr falsch mache, wenn es bei mir leicht läuft und voller Freude und bei den Menschen um mich herum Drama und Probleme sind und mit den Tools von Access funktioniert es ganz leicht, dass ich in der Freude und der Leichtigkeit bleibe und nichts Falsches daran sehe. Einfach ein glückliches, freudvolles Leben zu haben. Danke. Hallo. Mein Name ist Susanne Buchner. Ich liebe die Bars privat und beruflich. Als Lerncoach nutze ich die Bars auch in meinem Praxisalltag und alle Kinder sind total begeistert von den Bars. ADHS Kinder schlafen dir auf der Liege ein und genießen es, weil sie einfach mal zur Ruhe kommen. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, die Bars in deiner Familie zu nutzen. Ich bin Sabina Vollmering und seit ich Access Bars gebe und empfange, bin ich sehr viel ruhiger und gelassener und stelle auch fest, dass ich viel mehr auf meine Intuition höre. und dadurch stellen sich gerade in meinem Leben sehr viele glückliche Fügungen ein, wofür ich total dankbar bin. Ich möchte Access Bars nicht mehr missen. Hallo. Mein Name ist Gunther und seit ich Access Bars verwende, bin ich viel entspannter. ich habe mehr Ruhe im Kopf und durch diese Ruhe und diesen Raum, der sich nochmal in mir aufgemacht hat, habe ich einfach viel mehr Ideen, um neu zu kreieren, mein Leben zu verändern und einfach mehr Platz zu haben. ich habe jede Menge Schlauch oder die können nicht mehr, das ist das die Frage zu sein, was ich jetzt meine Wohnung und die Küche zu verändern. Ich habe mich schon einmal darauf hingewiesen, ein Bars dryer.